So, wir müssen uns auf jeden Fall hier einen kleinen Ausschnitt von dem Video anschauen. Das ist zu krass, also da kommt gleich so eine heftige S-Klasse. Heftig! Also hat auf jeden Fall ein Like verdient. Deswegen auch keine Dislikes des Videos. 8000 Aufrufe. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Es handelt sich wieder um einen W220. Ist einfach meine Favorite S-Klasse. Vor allem, weil ich selber eine hatte. Aber schon krass, schauen wir kurz rein. Okay, hier kurzer V8 Soundcheck. Florida, krank. S-55, heftig, heftig. Okay. Okay. Jetzt schaut mal hier hin. Boah, die Felgen. Boah. Krank. Also schaut mal hinten. Erstens, wie tief der ist. Zweitens, brutal kranke Felgen. Keine Ahnung, was für Felgen es sind. Drittens, alle Scheiben getönt. Okay, hatte ich auch. Hat sich auf jeden Fall nicht gelungen für den Punkt. Ja, was kann man noch sagen? Meiner Meinung nach wäre es krasser, wenn der in schwarz-metallic wäre. Ey, das wäre nochmal eine ganz andere Optik. Das wäre zu heftig. Statt in Silber in schwarz-metallic. Das wäre heftig. Wie gesagt, den 220er wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ist eine heftige Karre. Also, boah. Wo ich das gesehen habe. Digga. Hier auf jeden Fall diese AMG-Frontstoßstange. Heftig. Hier ein B220 von innen. Heftig. Also, zu heftig. My car is the very first clip. Geil. Krank. Kranke S-Klasse. Auf jeden Fall verlinke ich euch das Video in der Videobeschreibung. Einfach krank.